Und willkommen zu Let's Play Poké Mystery Dungeon, Team Robo Part 62, von Namen der 614. Und wir sind so kurz davor, dieses Hölln noch hinter uns zu lassen. Mein Gott, ich könnte kotzen, weil mich dieser Dungeon anpisst. Oh Mann, das ist so scheiße, was in meinem Zimmer ist. Aber egal. Oh, Fremdy, du bist halb tot. Das ist nicht gut. Ja, mein Level ist gestiegen. Ich will mich richtig lebendig. Ich nicht. Ich will mich auf den Boden legen und sterben. Oder in einem Pool absaufen. Ist mir beides recht. Was willst du? Ja, suhle dich im Matsch. Das ist schön. Ist das nicht angenehm kühl? Das würde ich jetzt auch gerne. Ah, Mann. Weg von Lebenssuller... Lebenssuller lässt nach, okay. Nach drei Ebenen? Oh, dann sind wir hier raus. Oh, ich dachte, das ist mein Sterilorb. Ich denke immer, das ist alles ein Sterilorb. Warum kann das kein Sterilorb sein? Okay, da ist das Ding. Wechselorb. Okay, lauf jetzt nicht. Ich hätte auch da oben lang. gehen können, aber egal. Gehen wir halt einen schönen Umweg. Komm nicht auf uns zu. Dankeschön. Oh, okay. Da ist ein neuer gespawnt, aber... Nein! Wo... Kann ich dich von dir treffen? Was sollst du? YOLO! Weißt du was? Ne? Ha, ha, ha! Okay. Schießen wir den Gang entlang. Warum nicht? Okay. Okay. Nach zwei Ebenen? Ich fühle die Freiheit schon. Ich kann sie schon schmecken. Gott, ich will hier raus. Au. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das kann ich nur wieder zurücksaugen. Ich werde jetzt ganz sicher nicht drauf gehen. Oh mein Gott. Oh, wir haben noch genug Bläber, sodann das passt. So lange jetzt kein Monster rumkommt, ist alles in Ordnung. Wenn einer kommt, sind wir ein bisschen am Arsch. Aber egal. Schal. Okay. Piers of Schal. Ich kann das meistens eh nicht mehr ablegen, weil das von uns verklebt ist. Aber da kann ich das nicht austauschen. Oh mein Gott. Oh, wie ein Bläber ist er. Sollte ich mitnehmen. Aber gegen was austauschen. Fuck, ey. Oh, man. Ich könnte die Single während des Tablettes nicht unterlassen. Das ist nicht verklebt. Letzte Ebene! Yes! Okay, wir sind hier gleich raus. Holy fuck, ey. Ich habe so einen eh langen Dungeon geschafft. Oh, da ist wieder eins. Ach, was soll's. Wir sind hier eh gleich raus. Das kann ich auch liegen lassen. Ich dachte, du wirst es wahrscheinlich nicht bereuen. Aber egal. Okay. Ja, ist egal. Aber ich kann die auch noch platt machen. Ihr werdet mich nicht davon abhalten, diesen Dungeon zu verlassen. Habt ihr mich verstanden? Geh weg! Und du auch. Gott, dammit. Müsst du bitte drauf gehen. Mein Gott. Es ist ein riesiger Stein, der fast genug vor mir steht. Wie kann ich den verfehlen? Köder ab. Äh. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Ich hasse diesen Dungeon so sehr. Wieso? Oh, Mann. Ja, tritt doch alle drauf. Ist gut. Ist gut. Wir haben's kapiert. Dieser Dungeon hasst mich. Und ich hasse ihn gleichfalls. Yes! Oh, mein fucking Gott. Yes! Oh, Mann. Wir haben's! Wow! Hat uns das jetzt irgendwas gebracht, das alles zu machen? Ich meine, Mew konnten wir eh nicht anwerben. Hat uns nix gebracht, wirklich. Wenn man so drüber nachdenkt. Oh, ist das Talia? Mach hin! Gib mir die Post! Okay, passt. Okay, was kommt dann? Die sieben Poké-Wunder! Was ist das denn? Die geheimnisvollen Füße von Dicta. Ja, das Indie von Fosselkas Panzer. Die Intelligenz von Gerepharix Schweif. Arboks Mustervielfalt. Wir erwarten für unsere nächsten weitere Pokémon-Geheimnisse. Geheimnis-Jäger-Team. Huh. Okay. Das lagern wir da mal. Wo bin ich? Wo bin ich? Beheilung! Ich kann krepieren von mir aus. Ist mir egal. Irgendwas war hier noch. Feuer... Ah, ja, stimmt. Feuerfeld. Aber war hier nicht noch irgendwas, wo ich nicht hin konnte? War doch das Sturmherr, oder? Irgendwas habe ich hier Surfer gebraucht. Oder war ich das schon? Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, ich kann da gut drauf verzichten. Okay, dann gehen wir gleich zum Feuerfeld, würde ich sagen. Oh, ist das toll. Ich glaube, dann nehme ich Tropius nicht mit. Aber Kevin und Flemly. Oh, dein Areal ist immer noch so toll, Flemly. Gott, das sieht so schön aus. Diese Farben. Weißt du, ist das irgendwie Gras oder sowas? Das sieht wie Gras aus. Aber das würde brennen. Das kann kein Gras sein. Okay. Dann holen wir noch Kevin. Und dann gehen wir wieder verzweifeln, würde ich sagen. Jo, warum nicht? Wir hassen uns ja anscheinend so sehr, dass wir es wieder machen. Du grinst nicht mehr lange, Kevin. Du grinst nicht mehr lange. Oh boy, das wird schön. Ich als Pflanzen-Pokémon. Oh, scheiße. Oh nein, das ist gar nicht gut. Habe ich nicht irgendwie was mit Wasser, was ich mitnehmen kann? Nein, habe ich nicht. Warum haben wir nur so wenig Mitglieder, ey? Scheiße, Mann. Oh, ich will nicht. Okay, habe ich irgendwas zu verkaufen? Oh, nicht wirklich. Mein ganzer Kram ist wieder entklebt. Ich kann die Spieluhr lagern, würde ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Einen Moment, was habe ich noch alles? Das kann ich auch lagern. Ich muss mal mit meinem Inventar durchgehen. Okay, ich habe mir noch ein paar Sine mehr und einen Haufen Belebersauern geholt. Und ich habe die blöde Spieluhr jetzt gelagert. Warte mal, im Feuerfeld ist Entei, soweit ich weiß. Irgendwas war da doch. Kann ich hier schon das Spanareal-Füst kaufen? Weiß es nicht. Ja, bitte. Ich gucke mal. Okay. Das ist ja Kralebene. Aha. Geweihter Grund. Lustigseeboden. Nein, 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 nein. Ich will das gucken, was es macht. Oh Gott. Mystischer See. Ha. Jetzt kann man gerade ein bisschen Krater. Sollte ich holen. Wenn ich da eh hingehe. Ich glaube, die Pokémon wird es ja nämlich geben. Oh, ist das teuer. Ja, gib einfach her, Mann. Dankeschön. Ja, Freunde sind so toll. Nein, ich habe ja echt wenig in diesem Spiel. Ja, würde ich gerne. Okay. Kann ich die schon von Ante kaufen? Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich für ein Legi. Das ist Latias und Latias, oder? Ja, Latias und Latias. Äh. Ich glaube nicht. Finale-Inse sollte ich holen. Keine Ahnung, was da drin ist, aber ich nehme sie einfach mal. Ja, bitte. Okay, danke. Wuhu. Yay. Ich weiß nicht, was es bringt, aber egal. Das Pokémon, was ich da anwerben kann, wird uns wahrscheinlich eh nicht anschließen, aber egal. Ich kenne einfach mal, was alles für Legi ist, oder? Das schon mal nicht. Das ist ein Icognito. Nein. Nein. Geheimhöhle. Ja, ich glaube, das ist auch für Legi. Mir gehen die Poker aus. Egal. Geht einfach alles her. Ja, bitte. Das kriege ich schon wieder rein. Irgendwie. Ich könnte ein paar Sachen verkaufen. Ja, bitte. Was hast du denn noch so? Altes Labor hatte ich das nicht gerade schon? Echöhöhle. Geht aber auch ziemlich viel. Tüpfelsumpf. Na. Kaskadensee. Na. Mystikseeboden. Auch nicht. Schildparteich. Nein. Energiewald. Nein. Das ist ja gerade eben. Hande ich gerade schon. Klippenberg. Äh. Nö. Sandstrand. Wiengeil. Tiefseedboden. Na. Milchmeer. Ha. Schatzmeer. Hüppig mehr. Äh. Nein. Okay. Ja. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anwerben kann. Aber ich habe es jetzt. Was soll es? Scheiße viel Geld rausgegeben. Oh, ist das toll. Okay. Ich muss speichern. Auf meinen Spielständen. Okay. Team habe ich mit. Hör auf zum Feuerfeld. Oh, ist der Name nicht toll. Oh, ich werde verbrannt werden. Oh ja, stimmt. Das war es. Ich brauche Surfer. Scheiße, Mann. Ich gehe eben Surfer auftreiben. Woher kriege ich Surfer? Scheiße, Mann. In der Solarhöhle. Ebene 20. Im Mimimimimi. Okay, ich habe den Scheiß. Okay. Können wir jetzt bitte in die Hölle? Ja, es ist egal. Du kannst ihn eh nicht speichern. Versuch dein Glück, Mann. Versuch dein Glück. Wuhu. Feuerfeld. Ehr eins. Oh mein Gott. Ich hätte ein anderes Team mitnehmen sollen, aber sonst habe ich auch nicht wirklich jemanden, der gut ist. Ich habe sonst noch Tropius. Aber das ist auch ein Pflanzentyp. Und ich habe noch Hut-Hut. Oh, okay. Du bist Nusering. Okay, das geht. Und du hältst viel... Ah. Viel aus. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Will ich wissen, wie stark die Vieh hier sind? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ah. Oh, ich bereue es jetzt schon. Zutiefst hergekommen zu sein. Treff doch bitte. Oh mein Gott. Nein. Was ist denn das? Äh. Kann ich hier jemanden anwerben? Oh, Moment. Wohlpix. Schnell immer kommt. Come on. Okay. Ja, okay. Oh, hier ist Wohlpix. Oh, wie süß. Hey, da ist eins. Hallo. Pflanzenattacken brennen, glaube ich, nicht so viel. Ich habe Zeug zum Werfen. Hallo. Und ich kann dich rammen. Ja, das sollte reichen. Oh, ha, ha, ha. Ha, ha. Und ich kann dich nochmal rammen. Du wirst uns nicht beitreten. Okay, Pisser. Geh weg. Geh weg. Aha. Warum trefft das denn zweimal? Habe ich Topel XC eingepackt? Ich glaube nicht. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein, habe ich nicht. Scheiße. Oh nein. Ups. Das ist schlecht. Oh man. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich. Soll ich glaube ich einsetzen. Ja, warum nicht? Hui. Oh, da sind die alle. Okay. Das ist auch jemand. Was ist denn hier alles los? Ja, komm her. Was weiß ich. Ich kann wieder Steine werfen. Yes. Flieg. Flieg, mein Kind. Mach mich stolz. Hi. Soll dich dich rammen? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, das war eine Scheißidee. Das hatte ich irgendwie erwartet. Oh Gott, dammit. Ich brenne. Oh mein Gott. Ich kann hier auch mit einem Steiner werfen. Ich kann wieder Steine werfen. Das ist so toll. Und alle Gegner dieses Dungeons kommen gerade auf uns zu. Ah. Wir sollten hier schnell weg. Sehr schnell. Und ich meine wirklich sehr schnell. Okay, Leute. Rent. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Oh Gott. Oh nein. Oh, das ist gar... Hier gibt es auch Fallen. Oh, ist das schön. Ja, ist gut. Ist gut. Wir haben es. Weg, 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 weg. Weg. Liegen lassen. Egal. Verpisst euch. Oh mein... Nein. Ich würde sagen, habe jemanden verloren. Aber nein. Klaus ist gar nicht mehr da. Rent. Lass uns in Ruhe. Oh Gott. Ich würde mal sagen, die sind im Arsch. Oh Gott. Ich hole noch ein Top-Elixier für dich. Okay, ich habe Top-Elixier. Versuchen wir das nochmal. Etwas weniger dämlich, wenn es geht. Das wäre ganz nice. Okay. Und neuer Versuch. Bin ich jetzt auf... Ja, ich bin auf Nein gegangen. Ups. Okay, anscheinend dauernd nicht etwas weniger dämlich. Ich mache es so dämlich wie immer. Warum nicht? Ich habe es ja auch funktioniert. Was? Ich habe A gedrückt. Also Y, aber A. Okay. Ja, bitte. Na geht doch. Okay. So. Neuer Versuch. Oh, hallo. Dich hier ram ich mal. Meh. Bitte hab nicht Feuerfänger. Du hast Feuerfänger. Oh, schön. Flemly ist nunslos. Hätte ich Hut-Hut mitnehmen sollen. Ich nehme Hut-Hut mit. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Hoffe ich. Hat zwar nur scheiß Attacken, aber was weiß ich. Okay, Flemly, du webst hier. Ja, bitte. Du bist da im Grunde nötzlos. Ich meine, ich auch, aber egal. Ich mache zumindest die Gegner nicht stärker, so wie du. Oh, Klaus. Da bist du. Du röpst mit. Ein Baum. Ein Baum stumpf. Wie kannst du mit einem Schnabel grinsen? Oh, egal. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich hoffe, jetzt haben wir es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Werden wir da ja sehen. Okay. Und erneut. Neuer Versuch. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr für diesen Dungeon, ey. Ja, mach einfach. Okay. Wupp. Wehgeschlagen. Oh, ist das toll. Ich kann nicht mit Steinen werfen. Aber ich kann zumindest wieder Steine werfen. Das ist toll. Okay, wie stark sind die Fischer hier? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Würdest du bitte sterben? Danke schön. Warum? Okay, scheiße auf dem Stock. Ich gehe mal weiter. Mach's gut wohl, Pigs. Fick dich. Okay, das war letztes Jahr. Poké Mistwee Dungeon, Team Rot, Part 62. Hab's schon mal gemerkt. Da können wir es angucken. Miep miep. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.